Hey, Napoleon, was machst denn du denn da? Ich glaube, ich habe nur einen Job gefunden. Du hast einen Job gefunden? Wo hast du einen Job gefunden? Auf YouTube. Was? Auf YouTube gibt es Jobs? Wo denn? Kennst du nicht die Business Jobs vom Business Talk? Echt? Wie cool ist das denn? Das gucke ich mir gleich mal an. Dankeschön.